Musik Sie nehmen sich das gelbe Heft für die Stadtverundernversammlung oder das weiße Heft für die Bürgerschaft, dann können Sie ein Kreuz bei der Union machen, ein Kreuz bei der SPD machen, ein Kreuz bei den Linken machen, anderthalb Kreuze bei der FDP, dann können Sie alles machen. Sie können auch sagen, nee, ich mache gar kein Kreuz bei der Partei, ich mache lieber bei den Personen, das war bei der Person und bei der Person, bei jener. Wenn Sie dann aus Versehen mehr als fünf Stimmen abgeben, ist natürlich der Stimmzettel ungültig. Schon ab fünfeinhalb, bei sechs sowieso. Ich sage Ihnen, Sie verduddeln sich. Mein Rat an Sie, machen Sie was ganz anderes. Sie schlagen das gelbe Heft auf, das ist die Stadtverundernversammlung, da gehen Sie auf Seite 7, da steht die Linke, da machen Sie fünf Kreuze, da machen Sie das Heft wieder zu, lehnen es weg, dann nehmen Sie das Weiße Heft, gehen hier auch auf Seite 7, steht auf die Linke, machen Sie wieder fünf Kreuze, machen zu und geben es ab. Wunderbar. Und dann haben Sie sich gar nicht vergisst. So sollte das passieren. Und ich bitte Sie, nicht zu vergessen, am Sonntag senden Sie ein Signal nach Bremerhaven. Sie senden auch ein Signal nach Bremen. Aber Sie senden auch ein Signal nach Berlin. Wenn Sie die CDU wählen, sagen Sie auch Ja zum Afghanistan-Krieg. Wenn Sie die SPD wählen, sagen Sie auch Ja zum Afghanistan-Krieg. Wenn Sie die FDP wählen, ich glaube, auf die Idee kommt keiner. Aber gut, also ich sage nur, sagen Sie auch Ja zum Afghanistan-Krieg. Wenn Sie die Grünen wählen, sagen Sie auch Ja zum Afghanistan-Krieg. Sie sagen in allen Fällen auch Ja zur Agenda 2010, zum Sozialabbau. Es tut mir leid. Es gibt nur ein friedenspolitisches und soziales Korrektiv in Berlin. Und ein Motor für eine andere Politik. Das sind wir. Ich will ja keine absolute Mehrheit. Auch noch nicht bei der Landtagswahl. Aber ich will, dass das Korrektiv gestärkt wird. Und glauben Sie mir, die reagieren nur auf uns. Glauben Sie denn im Ernst, die Union interessiert ist, dass die SPD ein Prozentpunkt mehr hat oder weniger. Oder die Grünen oder die FDP. Das beschäftigt die nicht. Aber wenn die Linke gestärkt wird bei einer Wahl, dann machen die sich alle eine Birne. Und sagen, wir müssen unsere Friedens- und Sozialpolitik verändern, damit die nicht noch mehr Stimmen bekommen. Sie müssen ihnen ja nicht erzählen, dass sie uns das nächste Mal wieder wählen. Sie können ja so tun, als ob das einmalig ist, um die zu verwarnen. Verstehen Sie? Und ich weiß das. Über jede Stimme für die Linken ärgern die sich. Und ich finde, die haben es verdient, sich zu ärgern. Und letztlich habe ich noch einen persönlichen Wunsch. Wissen Sie, das ist am Wahlsonntag immer so. Dann geht man an den anderen vorbei. Und ich hasse das, wenn die dann Arroganzen mir sagen, war nicht doll, ne? Und so. Also das kann ich gar nicht leiden. Lieber gehe ich leicht arrogant an den anderen vorbei und sage, ja, wenn eure Politik verändert, kriegt ihr auch wieder mehr Stimmen. Mit anderen Worten, ich bitte Sie auch, mir einen schönen Tag zu machen. Ich gebe zu, es ist kein ausschlaggebendes Argument, aber ein kleines Hilfsargument. Aber vor allen Dingen, setzen Sie ein Zeichen, hier für Bremerhaven, für Bremen und für Berlin, dass Sie mehr Frieden und mehr soziale Gerechtigkeit wollen. Und das bringen Sie zum Ausdruck, indem Sie Ihre 10 Stunden in den Linken geben. Dankeschön.